Das ist Thomas. Thomas engagiert sich ehrenamtlich in einem Fußballverein und stemmt mit seinen Kollegen nicht nur die Planung aller Veranstaltungen, sondern auch die Buchhaltung und das Marketing. Thomas liebt sein Ehrenamt, aber manchmal ist die Situation im Vereinsbüro echt schwierig. Veraltete Hardware, meist sogar noch Sachspenden anderer Mitglieder, überholte Software und Kollegen, die sich engagieren wollen, aber denen das nötige Know-how fehlt. Das macht die Arbeit egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, nicht unbedingt leichter. So wie Thomas geht es vielen Mitarbeitern gemeinnütziger Organisationen. Zum Beispiel Lena, die sich beim Rettungsdienst engagiert oder Katharina, die mehrere Tage in der Woche in der Flüchtlingshilfe mit anpackt. Egal ob Tierschutzverein, Freiwillige Feuerwehr, Sportverein, öffentliche Bibliothek oder Kirchengemeinde, oftmals steht die Technik der gemeinnützigen Arbeit im Weg. Denn Software und Hardware sind hoffnungslos veraltet oder manch einem Ehrenamtler fehlt das nötige Wissen im IT-Bereich. Das muss aber nicht so sein, denn auf dem Portal Stifter helfen gibt es IT-Spenden, Sonderkonditionen und Know-how rund um moderne Technologien. Stifter helfen arbeitet mit zahlreichen IT-Unternehmen zusammen, die auf dem Portal ihre Produkte für Non-Profits zur Verfügung stellen. Wenn Sie sich in einer gemeinnützigen Organisation engagieren, können Sie über Stifter helfen, Ihre IT gegen eine geringe Verwaltungsgebühr aufrüsten. Egal ob mit Betriebssystemen, Office-Anwendungen, Bildbearbeitungssoftware oder Sicherheitslösungen, auf Stifter helfen finden Sie eine breite Palette an Produkten. Vereine und andere Non-Profits können über Stifter helfen durch generalüberholte PCs, Laptops, Server und vieles mehr auch Ihre Hardware auf den aktuellen Stand bringen. So lässt es sich im Verein arbeiten wie im Büro und was IT-Wissen betrifft, hier bietet Stifter helfen unter anderem Webinare, Workshops und Fachartikel, um das fehlende Know-how in Ihren Verein zu bringen. Ganz unbürokratisch. Registrieren Sie sich jetzt auf Stifter helfen und machen Sie Ihre Organisation fit für das digitale Zeitalter.